Guten Morgen! Wir beginnen mit Zähneputzen und Chiara macht gerade mit in der Zeug. Chiara, das ist besser wie ich. Ja, und wir putzen jetzt Zähne. Ja, dann putzt mal vielleicht nicht. Gestern habt ihr wie oft Zähne geputzt? Drei. Wieder dreimal. Okay. Jetzt sah ich mein fährtes Türchen aus. Oh, Smarties, oder? Klingt verräterisch, gell? Was? Wow, die... Doch, keine Smarties. Klicke, die sind in der großen Version, die normale wäre ungefähr so groß. Da gibt es große. Sonst ist nichts mehr drin. Nein. Oh. Nein. Papa? Ich will auch was. Danke. Und weg, damit. Lutsch die. Melee wagt sich jetzt hier runter zu springen. Wir haben hier ein kleines Bettchen gemacht. Eins, zwei... Ah, ja, noch mal. Das macht Spaß. Von da unten drinnen. Mach du das mal auch mal. Nein. Eins, zwei... Ah, ich habe meinen Knie verknallt. Ihr schwingt mal von der hohen Treppe runter. Und pass auf. Jetzt kommt der Waager. Zwei. Du glaubst. Mach du auch mal. Das ist ja herrlich, der Schrank hier. Leute. Und dunkel. Ihr glaubt es gar nicht. Helles T-Shirt. Ein helles T-Shirt. Oh, schöne Haare. Ja, schöne Haare. Sieht aus wie eine Oma jetzt. Leute, schaut doch mal, wie schön geordnet ist. Noch, noch ist alles schön geordnet. Ich hoffe, der bleibt so. Das Mädchen hat mich nicht gemacht. Ich habe deinen T-Shirt. Die dreht schon wieder voll ab, weil sie sich jetzt freut auf das Vortunnel. So. Geh weg jetzt von mir. Ich muss die Kamera halten. Samyle, zieh dich an. Habt ihr gestern noch den gespielt, oder? Spinnengift und Grütenschleim, oder was? Ja, haben sie. Spiegel hängt jetzt auch einer da. Hab ich gestern noch. Ist es kalt? Ich sitze jetzt hinten bei Milet. Also, wir gehen jetzt zum Bühnenschauturnen. Unsere Tür vorne geht ja immer noch nicht auf. Ja, deswegen sitze ich hinten. Ja, Milet ist unten in der Umkleidung. Wir lassen uns jetzt gut gehen hier. Also, diese Aufnahme machen die Schöpere in ihr. Bei Mama gibt es die Füße, oder? Ja, bei mir gibt es eine, äh, Raffaello-Torpe, genau. Die Halle ist eine, äh, Raffaello-Torpe, genau. Ja, das ist eine, äh, Raffaello-Torpe. Und die Eike Papel. Ist der kalt? Ja. Das ist Papel. Du machst den Umweg wieder. Ja, du machst den Umweg? Nein. Natürlich! Doch die engen Gassen, das nervt mich immer. Ja, aber trotzdem machst du den Umweg. Ja und? Ja sag halt, warum gibst du es nicht zu nein, sagst du. Sag doch grad ja und, dann fahre ich halt alles. Bei der Bauernstraße, wenn wir jetzt rauskommen, und du fährst jetzt Ende der Bauernstraße. Ich mag die Bauernstraße aber nicht. Hör auf! Ich fahr richtig schön gerade aus. Hilfe! Mille fühlt mich nicht andauernd heute. Ich hab schon 40 Jahre Führerscheid. Ich hab schon 40 Jahre Führerscheid. Stärkung nach dem Turnen. Führer? Und zwar hier irgendwo. Und zwar, sie kommt neben die Weiße. Fertig. Die Seite braucht definitiv noch was hier. Gegen die von vorne. Sieht schon ganz gut aus. Sieht schon ganz gut aus. Der nächste ist weiß. Jetzt kommt mir neben keine Häusenkugeln mal. Weil die nicht schön sind. Da! Kriegst du mal eine. Ich hab gerade eine in der Hand. Oder silberne. Nein, du kommst jetzt! Weißt du, wo ich jetzt hin mache? Ich gehe aus Zehenspitzen und durch meine höchste Stufe. Ja wie jetzt? Wie oft läufst du jetzt an den Baum rum? Oh oh. Oh oh. Uff. Ganz von der Seite. Das ist die neue Kugel. Ball zu wefferlich. Komm. Na 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 na. Na 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 na. Ach. Na 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 na. Nein, nein. Lalalalalala. Das sind Schlimpfige? Ja. Ja. So, erst mal willkommen, meine Lieben. Herzlich willkommen! Zu Tag 6 unserer Adventsverlosung. Schauen wir dieses Mal in den Sack rein. Was haben wir denn dieses Mal? Ich sehe gar nichts. Mal gucken. Da habe ich was. Also, es gibt einmal eine Uhr zu verlosen. Und zwar eine blaue Uhr. Also, hier eine blaue Uhr. Einmal eine, noch mal eine Uhr, aber noch ein pink. Jetzt habe ich es. Ich muss unbedingt mal hier Fitness machen im Sommer. Heute haben wir wieder zwei Gewinner. Äh, zwei. Und zwar verlosen wir zwei Curio Smartwatch Uhren. Eine in blau. Eine in pink. Und eine in blau. Jo. Wir haben dazu eine Preisfrage. Und zwar, wie heißt die App, die dem netten Robert in dem Video bei Cute Baby Melee denn so gut gefallen hat. Und zwar hat sie ein rotes Kreuz drauf. Die App, das kann ich euch mal verraten. Aber wie heißt die App? Das ist heute unsere Preisfrage. Unter den richtigen Einsendern. Was denn los? Richtig. Ja. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir die zwei Smartwatches. Die Gewinner geben wir unter dem Video bekannt. In der Infobox. Und alles Kommentar unter dem Video. Na, wir haben weiter unseren Spaß und sagen Tschüss. Schön brav bleiben. Bis morgen. Morgen. Und viel Glück natürlich. Ja. Ey. Ja. Hey. Ja. Sammy. Ah. Ah. Sammy. Hab ich dich vermisst? Ich hab dich vor lange nicht mehr gesehen. Oh, oh. Ende. Und wieder mal Musikerling. Heute machen wir ein Paket auf. Und zwar von der Ja-o-line. Jacqueline heißt das. Ja-o-line. Ja-o-line. Aufbauen. Jacqueline aus Steinfurt. Aufgebaut habe ich schon, aber reinschaut haben wir noch nicht. Das, 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 das liest ich. Genau. Also was steht da? Für die Mama sind die Rosen, die Sterne und der Schmetterling. Für die einen nur. Von Jacqueline. Das ist Harmonisch. Was machen wir jetzt für Rosen, Sterne und Schmetterling? Aha. Ich zeige mir gleich mal den Schmetterling. Und zwar ist das selbst gegossen aus Gips und angemalt. Schmetterling. Das gehört auch noch hier. Die Rosen, auch selber gegossen. Da sind einige drin. Und die Sterne. So Deko. Weihnachtsdeko. Silberne Rosen und goldene. Seht ihr es? Da hat es noch ein paar drin. Hier. Noch welche. Ja, links. Legst du ab. Und Sterne hat es noch. Von GTI auch für mein Leben wünschen. Für den Skiern Grand Seft Auto. Five. GTI auch. Wie war das lachen? Ich habe mir gestern schon überlegt, ob ich es mir runterlade. Bei Steam Grand Seft Auto. So. Oh, Mütiklutu. Oh, Papu. Pua oder so. Schaut es so aus wie ein Pua. Und wunderschöne Sticker. Glitzer Sticker. Schau mal. Ah. Seht ihr? Süße, süße Milet. Süße Milet. Ich sage, dass er ganz so süß ist. Alles klar. Ich mache das für Mama auf. Gell, Mama? Ja. Sitzt die dran. Ich muss gerade arbeiten. Aber die. Mama ist die Spezialarbeiterin. Die. Die holen wir gleich noch dazu. Was gibt es denn schön? Schminki, schminki. Schminki, schminki. Da komme ich immer gleich. Von Happy Minerals. Rene Koch. Und da mache ich das zweite noch auf für die Mama. Da sind die Gummibärchen drin. Oh, gute Gummibärchen. Von Lili P. Lecker, ich will es. Und Tees gibt es noch für Mama. Ohne Tee. Blumig lieblich. Grüner Tee. Kirschbanane. Türke, türkischer Apfel. Oh. Hey, die Uhr. Mama hört alles mit. Ich höre schon alles hier. Die sitzt drei Meter weiter. Weil die schnell das Zeug hier machen. Und noch zweimal. Türke, türkischer Apfel und Kirschbanane. Wie bist denn da? Matarira? Oh, ein Wecker von Early Bird. Der schaut aber hübsch aus. Wie so eine Dose. Ich zeig's mal schon ohne Deckel. Den kann man hinten danach aufstellen. Cool, schaut mal. Oh, es bringt die Garten. Er schaut toll aus. Kann Milet auf den Schreibtisch stellen. Der passt gut rein jetzt in das neue Zimmer. Super. Und? Mal ein Überraschungseil. Links ums irgendwas. Was Milet da gerade hat. Die ist gerade vertief. Also, das ist eine Tafel. Mhm. So, magic Tafel, wo wir wieder wegwischen können, was man geschrieben hat. Cute Baby Milet. Und die Mama kriegt noch Olivenöl Intensivcreme. Olivenöl straffende Körperbutter. Zweimal und die Intensivcreme dreimal. Also Mama, jetzt haben wir jetzt. Ich komme hin. Oder? Oder? Ja, gleich. Ja. Mama kommt hin. Ich muss schnell mein Video abspeichern. Sonst? Ja, einmal. Ist das Video nicht zeitig online? Pferde, Mama. Du, das ist nur der Ärger. Schön. Schaut euch mal an. Wie schön. Und hier ist es eine selbstgemachte Kerze. Hier ist es eine selbstgemachte Kerze. Kann man zu Weihnachten nicht mehr bauen. Ilkay hat auch noch was bekommen. Oh nein. Ilkay hat auch Olivenöl und Intensivcreme und straffende Körperbutter bekommen. Die gleiche. Das passt bei Mädchen zu und zu dem Fischbuch. Oh, ein Stickerbuch. Ja, ganz viele Fische. Klebsen. Wow. Was kommt denn da noch alles raus? Wow, Glitzer. Selbst ausgeschnittene Sticker. Delfine. Hä? Oh, der ist schön. Farben, meine Liebe. Das ist ja mein Farbton. Das hat man bei mir schon nicht so richtig gesehen. Also, meine Liebe, das ist ja mein Farbton hier. Super getroffen. Dankeschön. Ich liebe sowas. Jetzt zeige ich noch mal das Stickerheft hier von Koffenrad. Maritime Sticker und Etiketten. Keine Popper. Fünf Euro kostet dieses Ding. Gerade ein Buch voller Sticker. Ein Buch voller Sticker. Und das sind deine Olivenöl. Das habe ich gerade angeschaut, ja. Danke, meine liebe Jacqueline. Das sind echt schöne Sachen. Was ist das? Okay, natürlich. Das ist ein Bleistift, ein bietbarer. Und hier noch ein Haarband. Danke, Federmaus! Hilfe! Schau mal, das wollte ich da anstehen. Funktioniert bei mir nicht. Warum? Ne. Also, ein Haarband hat es noch für Milen. Hast du gesehen? Und zwei Stickis. Und dann gibt es noch für Mama und Milen noch zwei Armbänder, selber gemachte. Und hier ein verbiegender Wallenstift. Das sind die Armkettchen und die zwei Stickis. Und zwei solche Dinger wieder. Und ein Luminium. Und dann haben wir... Jetzt ist leer, die Box. Wow, da war so viel Zeug drin. So, jetzt kommt der Brief noch. Nein, das ist er nicht. Was ist da drin? Ah, er hat es selber gemacht. Mach mal die erste Seite. Hast du das nicht richtig gezeigt? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Chihan ist der beste Kanal. Chihan ist oben drauf. Da sind ein paar Boppel leider weggefallen. Oben war Chihan. Ups, da fällt schon wieder einer weg. Also, Cute Baby Melee ist der beste Kanal. Und dann die zweite Seite. Silas. Seht ihr es? Ja. Die nächste Seite. Cute Baby Melee. Oh, hey, wo hast du das alles her? Leider fallen die Boppel so schnell weg, ja? Nächste Seite ist der Silas. Und dann gibt es noch die letzte Seite. Heute ist der Family Fun, der coole Kanal. Robert Einur steht da noch. Cool, ganz viel Mühe gegeben. Good Baby Melee and Family Fun. Jetzt muss man ganz vorsichtig behandeln, die Boppel fallen weg. Ich beginne. Hallo liebe Melee, ich heiße Jacqueline. Und ich bin 13 Jahre alt. Und bin ein großer Fan von euch. Ich wollte mal fragen, ob ihr mit mich... Ob ihr mir auch so eine Fan-Karte geben könnt. Nicht? Ich mag alle Videos von euch. Melee ist so süß. Voll süß. Voll süß. Wenn sie lacht, auch die Mama von Melee, du bist voll hübsch. Der Papa und der Bruder, die sind voll lustig. Die Blumen für 10 habe ich selbst gemacht. Und den Schmetterling habe ich aus Beton gemacht. Ich hoffe, die Geschenke gefallen. Euch könnt ihr mich im Video grüßen. Ich wünsche euch allen Spaß, Gesundheit und Glück und im Leben. Good Baby Melee, bloß Family Fun. Wow, wie gut kann die mal... Ist ja fast schon so groß wie du. Also dann grüß mal die Jacqueline. Liebe Grüße Jacqueline. Ja, von mir auch. Ganz liebe Grüße. Danke fürs Paket, sage ich jetzt schon mal. Danke. Danke, lieber Jacqueline, für deine schönen Sachen und den Bleistift mit dir in die Schule. Kann man den auch spitzen? Ja, kann man. Okay, dann nehme ich den mit in die Schule. Okay, und jetzt geht's weiter. Ich esse jetzt Paprika und ich kann kein Paprika schneiden. Erwürgen Sie mal einfach, wie das aussieht. Richtig, richtig blöd. Hey, der ist der Karo. Schneid dich nicht. So. Danke. Hey! Ich wollte mir die jetzt gerade schneiden. Du musst deinen Film anschauen. Ich habe keinen Film. Doch, du schaust. Ja, ich hätte einfach... Ich lese jetzt noch ein Buch. Und zwar... Karo, Karotte und die Kaugummi-Kins. Gute Nacht und bis morgen. Bis Tag 5. Bis dahin. Hej mit. Du grandes Mal. 신atelbenkins.